Die Firma Jakob Müller AG in Frick ist seit 125 Jahren weltweit Nummer 1 als Anbieter von Produktionssystemen für textile Bänder und Etiketten. In der Zeit der Industrialisierung hat der Firmengründer Jakob Müller innovative Bandwebmaschinen unter anderem mit Lochhartensteuerung konstruiert und hergestellt. Mit dem aktuellen Portfolio deckt heute das erfolgreichen Unternehmen alle Bedürfnisse der Band- und Schmaltextilindustrie ab. Produkte, die auf Jakob Müller Maschinen hergestellt werden, begegnen einem überall im Alltag. Kleideretiketten, Geschenksbänder, elastische Bänder und Spitzen, Sicherheits- und Lastgurten, Klettverschlüsse, Binden und Bänder für medizinische Anwendungen und vieles mehr. 2007 wurde die Fertigung von Frick in Batapark in Mühlin ausgelagert. Dort produziert Jakob Müller AG die Schlüsselkomponente für ihr Sprite-Maschinenangebot. Das Fertigungszentrum hat sich aber auch als Partner für die Herstellung von Teilen für branchenfremde Maschinen etabliert. Um Produktions- und Lieferzeiten zu verkürzen, werden die Komponenten im hauseigenen Hochregallager vor ihrer Montage zwischengelagert. Die Firma beschäftigt im Fricktal rund 500 Mitarbeitende und ist damit die grösste Maschinenfabrik in der Region. Mit 60 Lernenden aus sechs verschiedensten Berufsrichtungen leitet das Unternehmen entsprechend grossen Wert auf die Ausbildung und Förderung von professionellem Nachwuchs. Am Helpdesk lösen kompetente Experten innerhalb kürzester Zeit Probleme oder helfen bei der Bedienung der Maschinen. Dazu gehört ein effizientes Ersatzteilwesen. Auch die Kundenschulung und Vorortunterstützung sind ein wichtiger Bestandteil für die Sicherung des langfristigen Unternehmenserfolgs. Die weltweit erfolgreiche Jakob Müller AG betreibt in zehn Ländern eigene Produktions- und Verkaufsniederlassungen und beschäftigen im Ausland über 400 Mitarbeitende. In mehr als 50 weiteren Ländern ist sie über Verkaufsagenturen präsent. Jakob Müller AG – Ihr Partner für System- und Lösungenverband und Schmaltextilien.